Okay, wo geht's hier hin? Speisekammer Oh! Was macht sie denn hier drin, ey? Okay, ist alles gut. Nee. Kommen sie mit, wenn sie leben wollen. Nein? Okay. Dann nicht. Musik ist aber immer dreifach so laut wie alles andere, ne? Und in die Lüftungsschächte. Ach, hallo. Oh ja, geil. Wie viele Granaten haben wir jetzt? Sechs Stück. Hier nicht. Schrot ist fast voll. Können wir nochmal alles nachladen. Acht Schuss sind da jetzt drin. Haben wir hier ne eigene Fleischerei hier? Ist ja riesig. Oh! Oh! Ist es tot? Hier muss doch bestimmt ein Zahnrad rein. Ein Valve. Ich finde, dass hier zwei Teller in einem riesen Karton drin sind. Da ist das Valve. Aber... Erstmal gehen wir hier rein, oder? Führt uns das denn hin? Oh, toll. Nirgendwohin. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Scheiße. Ne. Das, äh, war natürlich jetzt nicht beabsichtigt. Wollen wir das einmal ansetzen hier. Zack. Ah, okay. Das muss dann da drüben hin, nehme ich an. Scheiße. Das sollte gehen. Oh, hier sieht's auch toll aus. Okay. Äh, wie komme ich denn jetzt nochmal... Hier. Das muss dann einfach... Das muss dann nochmal an. Oh, hier sieht man aus. Und dann? Ja. 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 Wo komm ich denn da rein? Äh? Hallo? Hier auch nicht, ne? So. Ah, jetzt, okay. Nachladen. Na ja, komm. Es war ja wieder mal so klar. Okay. 100 Prozent, das hört sich gut an. So, wo sind wir denn jetzt? So. Aber wir kommen da, der Teil. Ist voll mit euch. Ach, na klar. Blählo. So. So langsam verliere ich hier auch mal ein bisschen die Orientierung, ne? Was ist die jetzt schon wieder? Ne, touchy man. Das gibt's ja nicht. Leben noch alle? Ja. Mein Gott. Muss ich hier alles allein machen. Oh, Schrot. Nein, wir sind voll. Ups, sorry. Na toll. Boah, geiler Platz hier oben. Wo ging's denn hier lang? Achso, oh, ich muss rießen. So, okay. Ey, dieser G-Man, ne? Na dann. Ja. Oh. Ich kann dir nicht helfen. Oh. Halt noch ein bisschen durch, ja? Ja. Was soll man machen? Müssen alle überlegen. Oh. Was war das? Halt. Stopp. Dann würd ich gern nochmal da woanders reingehen. Nämlich hier lang. Hä? Das bringt mir ja gar nichts. Komm ich ja wieder zurück. Aber wieso? Wieso gibt's diesen Weg? Macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Jo. Okay. Und wir haben Feindkontakt. Das seh ich jetzt noch nicht. Denn jetzt haben wir erstmal ein Ende. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss. Und jetzt machen wir's. Ugh. Dann.